und damit herzlich willkommen zu einem Rocket League Video mit dem 248 Games und Babu ist ein Zuschauer, haben wir gerade getroffen in der Runde und ja, würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Toll, Digga, du bist im Sprachkanal. Was ist das? Nein. Oh, Sprachkanal. Hey, bin ich das? Ja. Ja, okay, das ist eine komplette Fail-Runde. Raus. Raus, raus da. Oh Gott, ach. Egal, jetzt können wir das ja auch einmal ganz gut machen. Ah, das war Schmutz. Warte, das ist, warte, ich kann meinen, 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 ich mache keinen aus. Ich habe meinen auch ausgemacht. Ja, gut. Jetzt kann ich meinen ausgemacht. In dem ja, ich sind immer doppelt im Video. Im Video wird noch ein paar Mal mehr. Ja. 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 Tja, jetzt ist mein, jetzt funktioniert auch noch ein Y hier, noch ein 2 wieder. Y, ich habe ein Schmutz über die Kontrolle da. Äh, nee, ich meine Y auf die Tassatur. Oh. Hallo. Hey. Boba, nur wenn du, falls du dieses Video guckst, es gibt eine Regel, wenn zwei Leute auf der gleichen Höhe sind, dann geht immer ein Link zum Kick auf. Boba. Boba. Boba Fett, Junge. Das wirst du in den, das wirst du, äh, 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 Babo, äh Gott, tut mir leid, äh, ich kenne dich erst. Einfach Boba Fett aus Star Wars, ja, ey. Ich habe auch Boba Fett. Ja, sorry, Bobo, äh, aber das wirst du irgendwo brauchen, wenn du irgendwann da jemand oder da bist. Wenn zwei Leute auf der gleichen Höhe sind, geht immer ein Link zum Kick auf. Das wirst du irgendwo brauchen, glaube ich. 134 Leute, ne Zuschauer. Oha. Boba, wo er mal eine geile Toru-Explosion, guckst du dir mal an. Ja, ist das nicht, das ist doch die Turnier-Explosion. Die Turnier-Toru-Explosion. Ich glaube, man nie von ihr registriert. Ja, doch, das ist, doch, du hattest Turnier. Oha. Muss ich gehen oder gehen? Ah, ich bin jetzt gleich. Du musst, du musst gehen. Link, es geht zum Kick auf, wir sind beide auch gleich abhöhlen. Ach komm, ich hätte da, ich hätte, wäre ich stehen mit ihm ein bisschen, also wäre ich so langsamer gefahren, wäre ich genau zum Ball gekommen gerade, ne? Hab Sex, hab Sex. Ich habe den Typ noch hochgejagt, das wollte ich gar nicht, all egal. Ich will immer irgendwie diese E-Sign-Hit aussprechen, das hört sich falsch an. Wenn wir diese E-Sign-Hit aussprechen, das hört sich nicht mehr an Bord an. Ja, das ist doch Englisch, da wird das E wie ein I ausgesprochen. Du siehst. Ich hab keinen Buß, ich muss die E-Sign-Hit aussprechen. Ich hab keinen Buß, ich muss die E-Sign-Hit aussprechen. Oh Gott, der hat mir meinen Buß geklaut. Und ja. Ne, die Runde ist doch auch schon wieder chaotisch, ne? Ja, es ist auch. Ich dachte, das war noch mal 4 gegen 4. Das war wirklich so chaotisch wie die letzte Runde. Das war ja... Das war ja andere Welt. Die letzte Runde, wir kriegen eben so... Der 4 gegen 4 kommt nur 4 chaotisch hervor, bloß nur 2 machen mehr. Sonst. Ja, eigentlich schon. Ja, das ist aber das Ding, weil halt 2 Leute mehr... Das sind halt 4 Leute insgesamt mehr auf dem Feld als die bei 4 gegen 2 noch. Ich hab nicht erst 3 gegen 3 geklautzt. Ich mein, bei 4 gegen 4 die letzte Runde. Ja, aber ich bin jetzt 3 gegen 3. Ja, wie oft niemand geht. Naja, wegen der mich die Parade so machen. Sehr koordiniertes Team muss wir ja haben. Alles für die Parade, aber kein Spaß. Ja. Was war das denn? Ja. Hore geben hat mehr XP, deswegen... Deswegen geh ich halt eher auf Hore. Wo waren die Tor und bei... Ich bin daneben gesprungen. Oh wow. Ich hab kaum den verkackt. Ich bin da einfach dran vorbeigesprungen. Wir nennen diese komische Katze dann mal KFC, okay? Was warst du KFC? Kann das sein, dass du Hunger hast? Ich mach einfach zum Eigentor. Was war das? Vor allem, ich war noch nie bei KFC essen. Glaub ich. Glaub ich. Gut, auf einmal war ich bei KFC essen. Muss auch nicht. Das war richtig knapp. Das letzte Mal, dass ich bei KFC essen war, weil... Das war vor 4 Jahren. Dann schmeckt das dann wirklich so gut. Kann ich alle sagen. Keine Ahnung. Bist du auch so gesund bei KFC? Ich war bisher nur in Holmeckes. Bei Burger King war ich schwer auch nicht. Ja, nicht für Burger King. Doch. Noch nie ein Erlebnis über Burger King. Nein, wir haben keinen in unserer Nähe. Chill. Ja, Burger King lohnt sich auch an. Burger King ist eigentlich kompletter Schluck. Das ist einfach KFC. Oder was sind das eigentlich gerade für Easy-Tore? Nicht böse, Babu. Lass Babu noch machen. Ja, wenn er das Video sieht, will er sich auch hinwerfen. Wenn zwei auf einer Höhe sind, geht immer der linke zum KFC. Wird man noch einen Diamond noch brauchen. Babu, Ignorier es einfach. Nein, Ignorier es nicht. Das brauchst du, wenn du Diamond bist. Das ist ja Diamond, Junge. In den höheren Rängen. Ja, ich bin Platin. Ja, Ignorier doch mal Ränge. Ich glaube, es soll Spaß machen. Ränge sind wichtig. Ränge sind wichtig. Ich will der Beste werden. Und am wenigsten Champion. Ich bin auch schon Champion, ja. Ja, ich bin Platin. Noch weit von Champion fern. Zwei Ränge finden. Einmal Diamond und Champion. Und dann habe ich. Und Grand Champ, weißt du. Ganz klar. Seit wann bist du Grand Champ? Ich bin gerade geworden. Ja. Ich habe einen Account gekauft, weißt du. Ja. Ich brauch auf Ebay kleiner zu halten. Ja, dann musst du... Dann kannst du auf Ebay. Wusstest du, dass es illegal ist, Accounts zu kaufen? Ja. Ja. Aber ganz ehrlich. Wollen wir das kontrollieren? Ja. Wer will das kontrollieren? Ganz ehrlich. Ja, sorry Bruder, ich war kurz weg. Ich muss so kurz was machen. So. Und hast du mich jetzt eigentlich lauter gestellt? Ja, ich hab dich ein bisschen lauter gestellt. Weil am Ende warst du ein bisschen lauter. Also nur am Anfang warst du ein bisschen leise. Babu ist sorry wegen Ebay. Ich war kurz weg. Also falls man möchte, wie der kurz nicht hat. Ja. Er hat wegen... Er hat bei mir bestimmt erfahren. Ich hab dich die ganze Zeit ang... äh... Wo willst du denn? Oh. 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 Oh, Digger. Was cool. Was cool. Warum heißt eine X? Ehh. Ehh. Schon wieder Namen. Funky Bonk. Funky Bonk. Funky Bonk. Funky Bonk. Funky Bonk. Den kann ich auch sprechen. Aber es ist das andere. Es ist ein HXS oder sowas. Achse Husky. Vielleicht soll es Husky darstellen. Grund. Ist auch so ein Grund. Ja, ich weiß. Hehehe. Meins? Ohja. Ja. Ja. Aber warum ich hätte ihn erhalten müssen, Babu? Das nimmt man deine Schuld. Guck. 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 Ja, dann lass du. Babu? Guck. 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 Und dann wird der bei dann zwischen uns bei, äh, also über uns beiden hinweg liegen. Das ist nicht gut. Glaub mir. Ich hab damit Erfahrungen. Ich war einmal für zwei Tage Platin, äh, was für Platin? Platin bin ich jetzt immer noch. Ich war einmal für zwei Tage Diamond. Da ist mir das, und äh, Diamond ist besser als Platin, ne? Ja. Und ich konnte das halt nicht. Ja, Diamond ist besser als Platin. Und weil ich das da noch nicht konnte, hab ich da, hab ich da halt beweichert. Und dann, äh, bin ich abgerankt. Weil es super viele Kick-Opte sind. Oh, er hat uns beide gleichzeitig aufgejagt miteinander. Weil es sind halt so viele Kick-Opte passiert, dass ich dann, äh, halt so viele Spiele verloren hab, dass ich darunter gerankt bin. Ah. So ein Volltoni! Was mach ich denn? Ich, was, das war meine Mission gerade. Nur da bin ich gut, ey. Oha, Babu. Das war zwar gut, aber ich war nicht gut. Ich war, ich war, ich war in dem Moment richtig so... Ich war in dem Moment, dass ich ganz entgegen konnte. Na, GG sogar. Ja, GG. Hä, nein, hä? Nein. Äh, oh Gott. Wo ist denn mein GG jetzt hin? Wo ist denn mein GG gerade, ey? Oh Gott. Sorry. Sorry, danke. Ich muss ja zum Kick-Opte fahren, stimmt. Ich muss euch überhaupt nicht verdrückt in den Chat schreiben. Ich hab mich ja nicht verdrückt, ich bin einfach zu euch gefahren, warum auch immer. Ich hab mich aber verdrückt im Chat. Ich hab mich in den Chat verdrückt. Na, Digga, komm. Ja, man, Shadow the Pens ist auch der größte Ort der Welt. Oh, den Shadow the Pens hab ich einfach keinen. Weil jeder bestimmt noch weiß, was das ist. Was? Weil auch bestimmt jeder weiß, was das ist. Äh, ich kann schon erklären, was Shadow the Pens ist. Über Bengrad, äh, der Ball über dir fliegt. Äh, gut, äh, der Ball fliegt Richtung Tor und du bist, äh, unter dem Ball. Dann, und dann hochfliegen und den Ball halten. Das ist ein Shadow the Pens. Das wird definitiv rausgeschnitten. Warum wird das rausgeschnitten? Weiß Spaß. Wir wollen hier ja nicht alle schlau werden. Oh. Ja, oder wir wollen nicht andere nicht gut werden lassen. Genau. Genau so. Man muss nicht schlecht werden. Man muss nicht schlecht werden, damit wir besser werden. In der Ranglauste. Das war mein Spaß. Oh Gott, da hat man sich unsere Testrunden vor dem Video-Abend guckt. Ja, Digga. Einfach miese, miese, wiese. Das will niemand sehen. Das sag ich euch. Nee. Digga, die erste Runde habt ihr komplett verkannt. Also, die erste... Ich würd' ja jetzt mal Clips einblenden, aber ich hab keine Clips aufgenommen. Ach so. Hä? Kannst du das nicht einfach, ähm, nach hinten machen? Nein. Ich würd' ja jetzt Clips einblenden, äh, wenn ich's Video schneide, aber ich hab keine Clips aufgenommen. Deswegen. Kannst du doch einfach im Nachhinein machen. Nein. Wie soll ich denn, was wir vorher die Testrunden waren, da ein... äh, Dings? Ach so. Kannst du aus der Testrunden jetzt einschneiden? Ja. Ich hab' nicht aufgenommen. Wir machen dann einfach ganz kurz ne, äh, danach gleich noch ne, äh, katastrophale Runde. Nein. Sehr, sehr. Wo wir dann ein paar Ausschnitte machen. Nee, Digga, lass mal. Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal filmen wir die Testrunden, damit wir da Sachen reinkacken können. Ja. Aber die packe ich da nicht rein, die, da mach ich einfach ne kleine Ausschnitte. Ja. Ja, unsere Testrunden waren mal wieder katastrophal, dann blenden wir so ein paar kleine Mini-Tipps ein. Babu schreibt doch mal, sorry und wir ignorieren's einfach. Komm, Digga. Ja, ich guck nicht in den Chat. Ich, ich guck auf'n Ball und nicht auf'n Chat. Ich bin fett am Ball vorbeigefahren. Mach dich denn grade, Digga. Du Scrabblefett. Ja, 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 ja. Nein. Ich hab' keinen Boost. Ach, Mist. Jetzt hab' ich wieder zwölf Boost. Schieß ihn weg. Wir führen. Nein. Auf'n Boden, auf'n Boden, auf'n Boden, auf'n Boden. Ich hab' versucht, ihn nicht auf'n Boden kommen zu lassen. Schade. Boah, was war das denn für'n Frontflip? Hast du den grad gesehen? Was war das denn für'n Frontflip? Hast du den grad gesehen? Oder? Weiß ich nicht. Kann man da irgendwo sehen, wie die Map heißt? Am Anfang, ja. Ja, ich meine, im Spiel irgendwo. Äh, nee. Boah, ich versteh' doch immer. Bei jeder Map steht irgendwo ein Schild in die Map, halt. Warum steht Rocket League? Irgendwo ausgehalten. Ja, das Rocket League Schild interessiert keinen. Obwohl, vielleicht hab'n's auch geändert. Da stand, ich glaub' da stand vorher der, äh, Abwahrung drauf. Ups. Ich fenn' nur den Poseidon aus Spawn steht. Oh Gott. Nice shot, Junge. Boah, das ist schon geil. Oha. Oha. Oha, der ja. Verdammt, ja. Hm, stimmt. Ja, ne. Verdammt, ja. Hm, stimmt. Ja, ne. Oha, ne. Digga, warum muss ich denn die ganze Zeit kick auf's hier machen? Und warum hab' ich den grad so gefehlt? Ja. Warum hab' ich den grad so gefehlt? Warum war grad auf eingestellt, dass er nicht, äh, ins Ball interagieren musste, ne? Wär'n doch richtig schnell hingefügt, das geballt. Sensor. Ja. Ja. Warum war grad auf eingestellt, dass er nicht, äh, ins Ball interagieren musste, ne? Ja. Digga, die sind sooo schlecht. Ja, die sind nicht. Ja, die sind nicht. Ja, gar nix. Digga, ich wollte noch einen Schuss. Ja, was muss ich denn schneller runter? 20 Minuten später. Ah, okay, Junge. Äh. Mein Internet verabschiedet sich grade, ich hab' da voll den Robler gehabt. Digga, mein, ich hab' einen anderen Freund, der hat einen 999 abhängen, der mir auch gekriegt. Oh, ja. Digga. Guck dir mal beide an. Hä? Ich heißen beide gleich. Guck mal. Jasualmi. Und der andere heißt auch Jasualmi. Und beide haben 200 Affiliate. Die spielen wahrscheinlich nach beide auf der Playstation oder auf der Xbox zusammen. Im geteilten Bildschirm. Ja. Ja. Oh Gott, was ein Kram. Ich kenn das. Weil, Digga, da hatten wir auch den 999 Affiliate das letzte Mal. Ja. 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 ja, und ich lass den noch ganz oft durch ja, was ist das denn jetzt? mein Internet verabschiedet sich wirklich gerade ja, ich merk's Digga, weißt du, wie du bei mir rumlegst auja ach, im Video muss man sehen oh mein Gott, ich hab alle ausgedriffen, Bruder, hast du gesehen Vorlage, oh ja so gefällt mir das hier ich glaub, es ist ne easy Runde oder wir haben in 2 Minuten oder irgendwas oder wie lange geht ne Runde? äh, 5 Minuten wir haben in 2 Minuten irgendwas 7 Tore gemacht naja, eigentlich 6, der Einer hat da ein Tor gemacht aber ja es zählt als Tor genau, es zählt als Tor hör ich mir ob du Hälfte es hier nicht hoch machen dürfen ja, ich hab dich wieder nicht gesehen, dass du so leid du musst dich umgucken bevor du, du musst nachdenken, ja du kannst ja gucken, ob jemand kommt was kannst du nachdenken? ja, sorry, dass ich mich nicht einmal umgucke ganz entspannt und mit Kaffee trinke du musst wie so ne Eule gucken du musst wie so ne Eule so einen 360 Grad Blickwinkel haben du musst dein Kopf so einmal um 360 Grad drehen ja stimmt, das kann man sogar bei Rockkriege einstellen dass man 360 Grad, äh, Sicht hat aber dann ist das dann sieht dein Bildschirm einfach nur komisch aus als willst du nicht hab um komm, Vorlage, hau ihn rein ach Bruder das war meine Vision komm, Vorlage ja, vor Vorlage, ah, komm Gegner, gib Vorlage ja ok, dann geb ich halt Vorlage ich geb Vorlage zurück du gibst ne Vorlage für ne Vorlage oh ja der Gegner macht Vorlage kaputt die die Vorlage war ja oh, der geht grad Packe, was war das denn? Hiiii ah, keine Schimpfwörter hier ah, ich hab nur da Hiiii gesagt ich bin angespanntes Todes du wolltest grad Scheibenwischer sagen oder so nein ich hab vor allem das Wort hat mich Hiiii angefangen H-A-I wo wo ist die Haie? hat er geiles hat er geiles falsch geschrieben? ich dachte, er hat geiles falsch geschrieben mehr und danke und ich will jetzt immer zu faul zu antworten deswegen danke ich mich einfach mit dir um ah, ja, war das denn wo ich dann direkt wie die Wand gehe? ich hab jetzt schon in einer Woche 5 Imetern die Stunde schreiben müssen ich glaub's haben wir gewonnen Halt oben, halt oben Halt oben, halt oben komm, noch ne Runde noch ne Runde? ne, noch ne Runde geht nicht ok, dann ähm ok, dann öffne ich auch dann öffne ich noch schnell einen Drop und in einen ungewöhnlichen Drop oh ja, sehr selten kann ich rausbekommen komm ich bekomme ungewöhnlich Spieler-Banner ich weiß ja nicht, ob ich das brauche und damit würde ich das Video jetzt auch schon beenden war heute wieder eine aufregende Runde und einfach mal random Zuschauer getroffen ja kannst du mich nochmal grüßen und den anderen den anderen auch wie hieß der andere denn nochmal? äh Team äh Formelmarten 1 1 3 8 Babo wird gegrüßt und Formelmarten auch ähm danke dass du dabei warst noch Babo Formelmarten war ja noch am Anfang dabei wo das wieder noch nicht lief aber ja dann würde ich sagen ja leider haut rein bis zum nächsten Video ja ciao ja ciao Bis zum nächsten Mal.